Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Yo, servus und ganz herzlich willkommen wieder hier auf dem Marcel Herzog Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autor, Flirt und Kommunikationscoach. Und heute möchte ich mal, ich weiß noch gar nicht wie genau ich das mache, aber ich werde irgendwie mit euch eine kleine Geschichte teilen. Und zwar geht es hier um eine Dame, die mit mir ein sehr intensives Gespräch geführt hat im Pickupforum. Und ihr wisst ja, im Pickupforum bin ich Admin seit vielen Jahren und kenne mich sehr gut auch mit der deutschen Pickup-Community aus. Und ich fand dieses Gespräch unfassbar interessant und unfassbar cool. Und ich möchte die Dame auch nochmal, sie weiß sicher, sie wird das Video sicher angucken, auch nochmal ganz herzlich grüßen. Weil zum einen finde ich sie unfassbar reflektiert und cool. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch ein gutes Beispiel für andere Frauen, die vielleicht ähnlich denken. Erstmal. Ja, und deswegen möchte ich das Video machen, um einfach auch mal euch zum einen zu zeigen, wo solche limitierenden Glaubenssätze herkommen. Und zum anderen auch andere Frauen, die vielleicht das Video sehen, auch mal zu zeigen, was ist Pickup eigentlich und worum geht es da wirklich. So, jetzt habe ich sehr kryptisch geredet. Jetzt gehen wir mal ganz konkret in diesen Fall rein. Ich werde euch jetzt einfach mal die Nachrichten vorlesen, die sie mir geschrieben hat am Anfang unseres Gesprächs. Ehrlich gesagt bin ich eine Frau, ich interessiere mich aber dennoch für das Thema Pickup. Ich will etwas schlauer werden und mich schlauer machen, um nicht auf solche psychologischen Tricks reinzufallen. Ist mir vor kurzem fast passiert und ein sehr Pickup-versierter Arbeitskollege, der auch verheiratet ist wie ich, versuchte mich hier ins Bett zu bekommen. Und dann habe ich halt ein bisschen geschrieben und habe gefragt, woher sie denn weiß, dass sie Pickup macht und sowas. Und habe ja auch schon ein bisschen die Angst genommen, dass Pickup jetzt nicht dazu führt, dass sie zu einem willenlosen Sexsklaven wird mit ein paar Sprüche. Aber sie hat hier immer noch sehr intensiv daran festgehalten. Und dann kam halt dann auch die Antwort, ja, das mag sein, aber die Tricks erzeugen eben viel Anziehung und das funktioniert leider total gut. Ja, und ob es denn auch Tricks gibt, um quasi solche anziehungserzeugenden Techniken davon immun zu werden. Ja, und sie hat eben sehr große Angst, dass diese Tricks sie zu etwas verleiten, was sie halt eigentlich gar nicht will. Ja, und sie wünscht sich, dass Männer ohne Tricks kommen und damit das ganze Spiel dann eben auch fairer wird. Und sie geht halt auch ganz konkret darauf ein. Sie hat sich hier auch schon ein bisschen eingelesen und redet jetzt von Techniken wie zum Beispiel Cocky Funny, also C&F, Push-Pull und auch Kinos. Also Kino, ja, ich verlinke euch mal mein C&F-Video an der Stelle. Ich denke, da wird es auch ganz klar, was damit auch gemeint ist. Ja, und sie sagt ganz klar, unterbewusst werde ich hier ja gezwungen, ja, auf dem Mann zu stehen. Und wenn das nicht, wenn diese Techniken nicht vorhanden wären, dann hätte ich vielleicht auch Nein gesagt oder das abgebrochen. Ja, ich habe dann geantwortet und jetzt gehe ich jetzt auch mal weg von dem Text an sich, sondern erkläre euch einfach auch mal hier die Situation und die Fehlschlüsse, die hier eigentlich ja auch vorhanden sind. Später, kann ich auch schon mal spoilern, hat die Dame dann aber auch komplett die Kurve gekriegt und mir auch zugestimmt, dass die Situation eigentlich komplett anders ist. Ja, durch einen Perspektivwechsel, den ich auch mit so ein paar Coaching-Fragen hier an der Stelle dann auch vorgenommen habe, damit man einfach hier auch mal die andere Seite sieht. Also zum einen habe ich erst mal verglichen und ihr auch erzählt, guck mal, Es ist ja ein bisschen so, wie wenn du dir vorstellst, also Pickup ist nichts anderes als Marketing und wenn du zum Beispiel ein Video oder einen Film guckst und da Werbung immer wieder aufpoppt, wäre der Vergleich nicht irre, wenn du, keine Ahnung, jetzt Schokoladenwerbung siehst, dann stopfst du dich voll, wiegst irgendwann 100 Kilo und gehst dann zu dem Schokoladenhersteller und beschwerst dich, dass er total die manipulative Werbung gemacht hat und dass deswegen du jetzt hier fett geworden bist. Ja, so ein bisschen ist es ja das Gleiche. Oder, wenn man es andersrum betrachtet, wenn ein Mann hergeht und jetzt irgendwelche Tinder-Mädels sieht und dann sehen die ganz anders auf dem Bild aus als im echten Leben, aber auch im echten Leben schminken sie sich, ziehen sich komplett aufreizend an und hängen ihre Brüste raus und haben total die hohe Schuhe, dass ihre Arsch-Hüftlinie total genial wird und dann haben sie Sex mit denen und dann haben sie ein Kind und dann sagen sie hinterher, ja okay, aber das Kind möchte ich jetzt eigentlich wieder zurückgeben oder ich möchte dich jetzt verlassen, weil du mich ja voll angeschwindelt hast, du warst ja geschminkt und du hattest ja hohe Schuhe an und da konnte ich ja gar nichts dagegen tun, ja, weil du hast mich ja so hart manipuliert, dass ich gar nicht Nein sagen konnte. Und hier sehen wir eine Dynamik, die leider in der Gesellschaft viel stärker von Frauen durchgezogen wird als von Männern, nämlich diese Unterverantwortlichkeit, ja. Und das ist auch was, was ich hier geschrieben habe. Guck mal, es wird immer überall in der Gesellschaft bestimmte Trigger geben, die dich zu etwas verleiten, was du vielleicht gar nicht möchtest, ja. Aber du bist doch ein großes Mädchen, ja, ist 84er Jahrgang dazu zu sagen und du bist ein großes Mädchen, du bist eine erwachsene Frau, die egal, was in ihrem Leben auf sie zukommt, sich emotional und aber auch rational darüber Gedanken machen muss, wo sie hin möchte, ja, was sie in ihrem Leben möchte, was ihre Ziele sind, ja. Und dann entscheiden, ja, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und mit jeder Entscheidung musst du auch hier die Verantwortung übernehmen, genauso wie ein Mann das machen muss, ja. Und wenn du wirklich Angst davor hast, dann ist es weniger das Problem im Außen, ja, im Marketing oder im Pick-up oder, wenn du mit so einem Mann redet, im Make-up oder sowas, sondern dann ist das Problem ja viel mehr in dir drin, ja. Weil es gibt ja hier verschiedene Stimmen, die mit dir reden. Und da können wir vielleicht auch mal ganz kurz Sigmund Freud einblenden. Die Theorie vom Eisberg und die Theorie vom Ich, vom Über-Ich und vom Es, beziehungsweise vom inneren Kind, ja. Und das innere Kind ist eben der Trieb, die Stimme des Triebs, die Stimme der Emotion, die Stimme der Prägung aus einer ganz vergangenen Kindheit, die sagt, ich will jetzt aber das, ja. Der Sexualtrieb, obwohl es inneres Kind heißt, ist es trotzdem auch der Sexualtrieb hier, der halt hier ein gewisses Interesse hat. Und wenn der Mann sich hier halt attraktiv zeigt und flirtet und, ja, die Frau halt eben auch mit diesen Flirt-Tools bezirzt, dann hat sie trotzdem immer noch die Möglichkeit, Nein zu sagen, jederzeit. Und für einen gesunden Umgang mit Mann und Frau müssen wir ja Frauen und Männer dahin bringen, dass sie halt auch ganz knallhart sagen, ja, ich möchte das oder nein, ich möchte das nicht. Oder dass sie sich darüber bewusst werden, dass sie das möchten oder dass sie das nicht nicht möchten. Nur so schaffen wir einen guten Umgang zwischen den Geschlechtern, ja. Und die gute Dame hier in der Situation hat mir sofort Recht gegeben, dass hier bei ihr tatsächlich ein gewisses Interesse auch da ist an dem Mann. Und dass sie es auch schön findet, auf die Art und Weise zu flirten, ja. Und sie hat mir Recht gegeben, dass es hier eben, dass genau das das Thema ist, dass sie halt auf der einen Seite ihren Mann liebt, ja, den sie zu Hause hat, und auf der anderen Seite es aber auch sehr genießt, sich mit anderen Männern auch flirty Männer, die dominanter sind und die einfach auch attraktiv wirken in dem Moment, sich mit denen halt auch zu flirten und sich mit denen auszutauschen. Und hier sehen wir halt wirklich diese weibliche Unterverantwortlichkeit, die hier rauskommt, die das Ganze, die Schuld eigentlich externalisiert und auf das Thema Pickup schiebt. Und so wird es halt nie funktionieren, dass Frauen halt wirklich emanzipiert sind, ja, weil man halt zwar Macht haben möchte, aber die Verantwortung dafür nicht, ja. Und dementsprechend auch ganz klar mein Tipp, werde dir darüber klar, inwieweit du gehen möchtest, ja, und zieh deine Grenzen und sag ganz konkret, ja, ich möchte so weit gehen, nein, ich möchte so weit nicht gehen, ja, weil diese Entscheidung kann dir ja keiner absprechen. Und natürlich ist es so, dass ein flirtender Mann attraktiv auf eine Frau wirkt, wenn er eben auch entsprechend gut aussieht, wenn er eben ihre Trigger bedient, ja, aber das heißt ja nur lang nicht, dass die Frau darauf eingehen muss. Im Endeffekt ist ja genau das dann der Job der Frau, hier auch Selbstkontrolle zu haben und sich über die Entscheidung bewusst zu werden, möchtest du das Ganze oder möchtest du das nicht, ja. Und ich kann nur jede Frau auch darin ganz stark bekräftigen, ja, dass sie eben hier sich ihre Gefühle oder ihres Triebs auch bewusst wird und dass es selber dafür sorgt, dass sie eben hier die Verantwortung übernimmt, ja. Genauso wie ein Mann ja auch Verantwortung übernehmen muss, wenn er zum Beispiel fremd geht oder wenn er eben, ja, eine Frau vielleicht in einer Situation anflirtet, die vielleicht nicht cool ist, ja. Vielleicht als Chef oder sowas dann die Mitarbeiterin, sowas ist natürlich dann auch schwierig zum Beispiel, ja. Aber trotzdem, hier muss man die Frauen bestärken und bekräftigen und das ist genau das Problem, das auch der Feminismus hat, weil er eben die Frauen in der Situation als unterverantwortlich hinstellt, ihnen die Macht und das Recht abspricht, hier auch mal selbstständig Nein zu sagen und dadurch manifestieren sie ja diese Rolle, dass die Frau das naive Dummchen ist, das nicht in der Lage ist, selbstständig für sich zu sprechen, selbstständig den guten Job zu bekommen, selbstständig Nein zu sagen und so weiter und so fort. Und so macht man eben hier dieses gesellschaftliche Zusammenleben auch in Bezug auf Flirten, Daten, Mann, Frau, unfassbar schwierig. Und ich meine, hätte ich jetzt quasi hier die Schuld auf mich genommen als böser Pick-up-Artist und sie dann womöglich auch den Typ, der einfach nur nett flirten wollte, hier die Schuld gegeben, manipulative Techniken einzusetzen, dann wären wir genau in diese Rolle und in dieses Spiel gegangen, ja, Unterverantwortlichkeit der Frau, der Mann ist schuld, der weiß gar nicht womöglich was Pick-up ist, ja, kriegt dann hier so einen Vorwurf an den Kopf, ja, und wird dann noch gesellschaftlich geächtet, ja, und am Ende, ja, hat keiner was gewonnen. Die Frau hat gemerkt, okay, mit Unterverantwortlichkeit funktioniert es, ich muss mich nur auf den Rücken werfen und sagen, ich bin eine arme Frau und ich wurde manipuliert, ja, wunderbar. Der Mann macht gar nichts mehr, weil die Frau ihm im Prinzip so hart den Sexismusvorwurf an den Kopf geworfen hat, dass er komplett eingeschüchtert ist, vielleicht womöglich noch das Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz oder auf sein Verhältnis mit seiner Frau zu Hause hat. Und, ja, das ist leider die Regel in unserer Gesellschaft aktuell, ja, dass man so mit solchen Themen umgeht. Wir haben dann noch ein bisschen gequatscht und geredet und sie fand das mega cool und ich, ja, wie gesagt, ich fand es mega, dass sie halt hier auch diese Erkenntnis hatte. Ich habe ihr das einfach erklärt. Ich finde, Sigmund Freud ist immer noch ein absoluter Gigant, was das Thema angeht. Ja, auf der einen Seite der Trieb, auf der anderen Seite die Kontrolle. Sie hat Angst einfach vor ihrem Trieb, dass er sie zu etwas verleitet, wo sie nicht mehr die Kontrolle drüber hat. Aber das ist unsere Aufgabe als Menschen, dass wir die Kontrolle über uns behalten, ja, wenn wir nicht vergeworfen und wild herumhurend durch die Gegend rennen wollen. Ja, deswegen Selbstverantwortung und, ja, seid euch bewusst darüber, dass ganz viel Manipulation in eurem Umfeld stattfindet. Nicht nur von den bösen Pick-up-Artists, die flirten, sondern von Werbung, von Medien, von eurem Chef, von euren Freunden, ja, das zu erkennen und das abzuwehren und sich darüber bewusst zu werden, was man wirklich will, das ist die beste Waffe gegen Manipulation und die beste Möglichkeit, ein Selbstbest... ...best... ...bitte... ... ... ...Gespräche habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit in Anspruch zu nehmen, kostenlos bei mir, wenn ihr sagt, oh, ich werde manipuliert von Frauen, ich weiß nicht, was ich tun soll, wie ich da rauskomme. Einfach buchen, wie gesagt, kostenlos. Bis dann, wir sehen uns, euer Marcel, tschö. ... ... Bis zum nächsten Mal.